Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, ich muss euch sagen, mich kribbelt es in den Fingern. Es kommen so viele neue Meldungen, die die Dummheit in unserem Land unterstreichen, dass ich ständig Videos machen könnte. Ja, ich muss euch darauf hinweisen, dass heute und morgen sehr heiße Tage kommen und dass ihr euch dementsprechend vorbereiten müsst. Schön viel trinken, viel im Schatten bleiben. Naja, ihr kennt das ja schon und viele Menschen kennen das schon lange und auch die Verstorbenen kannten das, wie unsere Grafiken hier zeigen. Ihr könnt ja das Video kurz anhalten und euch das alles mal durchlesen. Und bevor unsere Freunde die Faktenchecker hier in den Kommentaren gleich wieder durchdrehen, wie wir hier sehen können, bei diesem neuen Animationsfilm darf Satire alles und das wollen wir uns dann auch einmal gönnen. Ja, Satire ist das ja hier vielleicht nicht, denn Siegheilkirchen gibt es ja viel in Deutschland und so könnte man ja fast jeden zweiten Ort nennen. Zum nächsten Thema, Krieg ist scheiße, sollte aufhören, nicht nur in der Ukraine, sondern überall. Aber hier geht es jetzt um Sport und Krieg. Eine ukrainische Leichtathletin findet, dass sie keine Killer im Stadion sehen will, denn Putins Krieg lastet schwer auf der Leichtathletik-WM. Und der Weltverband, der hat ganz klar gesagt, sie schließen die Sportler aus Russland und Belarus aus, denn es ist ganz klar, die meisten russischen und belarussischen Sportler sind in ihren Trainingspausen wahrscheinlich alle Heckenschützen. Deutsche Wissenschaftler haben eine neue Technologie entwickelt und zwar den Dual Fluid Atomreaktor. Und der soll sogar alten Atommüll fressen können und verarbeiten können. Ja, wir hier in Deutschland wollen uns ja von der Atomkraft verabschieden. Die restlichen drei Atomreaktoren sollen ja dann auch bald verschwinden. Und dann wird es uns so gehen wie mit der Magnetschwebebahn, die in Shanghai fährt und dort den schnellsten Zug der Welt hat. Wir machen lieber grüne Verkehrspolitik und haben hier das Lastenfahrrad. Aber da gibt es ja auch sehr schöne Modelle. Die Mainstream-Medien wissen, dass Wladimir Putin nun vielleicht eine letzte Trumpfkarte ausspielen könnte. Und die könnte den ganzen Krieg entscheiden. Wissen die Medien nicht nur den halben Krieg, nein, tatsächlich den ganzen Krieg. Und der Berater des russischen Oppositionellen Nawalny glaubt, dass Putin einen Waffenstillstand will und dass der Westen sich vehement dagegen wehren muss. Die Show sollte doch weitergehen. Wahrscheinlich sind die Vertreter der Grünpartei, die auf diesem Gebiet Kompetenzen haben und Kapazitäten sind, auch dieser Meinung. Und sie schließen sich an und ja, wir sehen, sie sind gut vorbereitet für den Ernstfall. Dieser smarte junge Mann wäre ja fast aus unserem Gedächtnis verschwunden, aber er meldet sich nun zu Wort. Er ist jetzt Tempolimit-Experte und wir glauben, er braucht noch ein wenig Kleingeld. Für seine vier Millionen Villa fehlt vielleicht noch ein kleiner Van Gogh oder eine chinesische Ming-Vase. Die kosmopolitische Politikerin Ursula von der Leyen, die ja schon auf vielen Gebieten und auf vielen Positionen tätig war, um dem Volke zu dienen, ist jetzt auch wieder unterwegs. Wir sollen nicht frieren im Winter und darum versucht sie, Gas zu besorgen, wo immer es geht. Und sie begibt sich da, ja, in die feine Gesellschaft, in die ehrenwerte Gesellschaft. Bis wahrscheinlich ist sie das aus dem Umfeld in der EU so gewohnt, dass man sich mit diesen Leuten umgibt. In diesem Sinne, Leute, lasst euch keine Angst machen, bleibt gelassen, bleibt ruhig, aber wachsam geht hinaus, sagt eure Meinung. Egal, ob auf Demonstrationen oder bei Spaziergängen. Vor allem aber bitte einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat, einen Kommentar da lassen, gut oder negativ, wie auch immer. Und bitte abonnieren, das wäre sehr nett. Wir wollen noch mehr Leute erreichen und wir wollen noch mehr Leute davon überzeugen, dass die Dummheit wehtut, trotz dieses Schmerzes. Genießt den Sommer, genießt die Natur, genießt die Sonne. Ja, drei Tage warm wird es jetzt und dann wird es wieder normaler. Alles ist im grünen Bereich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Tschüss.